Einen wundervollen guten Morgen, ihr kleinen Hexers, und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir endlich mal vernünftiges CSS hier drin einminden. Und weil wir es gleich übertreiben wollen, einer übertreibt es wie gesagt immer, dann wollen wir natürlich direkt SCSS bzw. SASS, je nachdem welches Syntax euch lieber ist, hier drin verwenden. Dazu brauchen wir allerdings ein kleines Modul und dafür gibt es wie gesagt wieder mal NPM. Das heißt, wir sagen hier NPM, Insta, Node- und jetzt SASS. SASS, ich bin ein bisschen beleidigt, dass es nicht SCSS heißt, aber ja, das müssen wir kurz installieren. Und nachdem wir das gemacht haben, können wir hier tatsächlich SCSS verwenden. Das machen wir jetzt mal ganz kurz und zwar wir sagen, wir wollen in unserem, was haben wir denn gerade offen? Wir hatten gerade offen Magic Table und ihr seht, es ist immer noch arschfrüh bei mir. Ja, der Magic Table, der wird jetzt hier ein bisschen verschönert und deswegen probieren wir jetzt hier mal ein bisschen SCSS aus. Okay, so und wir sagen Import, so jetzt brauchen wir selbstverständlich erstmal eigentlich eine Datei, aber wir können es ja schon mal importieren. Und zwar Magic Button, ne Magic Table, Entschuldigung, ne lasst uns das sogar im Magic Button machen. Ich glaube, das finde ich sogar tatsächlich besser, weil der Magic Button, der braucht eigentlich echt eine Verschönerung. Der Rest ist eigentlich ganz okay. Das heißt, wir sagen hier Import, ähm, Punkt Slash, ähm, Magic Button, Punkt SCSS. Und ja, selbstverständlich müssen wir diese Datei jetzt erstmal noch generieren. Und ihr seht hier folgendes, wo wir gerade nochmal ganz kurz dabei sind, ähm, zur Ordnerstruktur. Magic Button, Punkt SCSS kommt selbstverständlich hier in das Magic Table rein, weil hier auch die dazugehörige JavaScript liegt. Während wenn ihr jetzt eine JavaScript habt, die allgemeingültig ist für alle, dann könnt ihr das auch außen hinpacken, so wie die Index.s, äh, Punkt CSS hier, ja. Also das heißt, da gibt es dann mehrere. Und vielleicht sogar in einem separaten Ordner, wenn ihr mehrere dafür habt, da könnt ihr dann einfach einen Ordner mit CSS oder sowas machen oder SCSS, je nachdem, was euch lieber ist. Okay, und wir generieren hier allerdings eine neue Datei und wir nennen die selbstverständlich Magic Button, Punkt SCSS. So, und es wird selbstverständlich direkt auch von unserer IDE erkannt, dass das SCSS ist. Wir sagen jetzt hier einfach mal Dollar, ähm, Chosen, äh, Bodenstrich, äh, Color, äh, achso, Entschuldigung, ähm, ich bin ja hier immer noch in der Python-Syntax, Chosen Color, Doppelpunkt, und hier machen wir selbstverständlich ein wunderschönes Pink, ja, weil wir einfach coole Informatiker sind. Und, oh, das ist direkt nebendran angezeigt. Das ist schön, ja, das ist eine schöne Farbe, ähm, wie wir hier wissen. Und, ja, jetzt sagen wir hier einfach tatsächlich, ähm, so, jetzt muss ich ganz kurz in den Button reinspickeln, was haben wir denn hier eigentlich für Elemente verwendet. Wir haben hier selbstverständlich Buttons verwendet, hätte ich draufkommen können. Wir können hier sagen Button und dann sagen wir dem, wir haben eine Color, Doppelpunkt, Dollar, Chosen Color. Warum schreibe ich nicht einfach direkt hier Pink rein? Ich möchte euch zeigen, dass es auch wirklich SCSS ist. Wenn ich jetzt hier direkt Pink reingeschrieben hätte, dann wäre das nur ganz normales CSS und das wäre natürlich traurig. Ich will euch ja zeigen, dass SCSS funktioniert, ne? Und, ja, jetzt haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Jetzt gehen wir mal wieder hierher und sagen Ja und Start. So, und dann gehen wir hier zu dem Magic Table und natürlich nehmen wir das hier. Und wir sehen hier, die Schriftfarbe hat sich auf dieses wunderschöne Pink geändert, dass man es auch quasi gar nicht mehr lesen kann. Da steht übrigens Delete Me drauf, für die, die es interessiert. Aber es ist nicht so relevant. Was wir sehen können ist aber, dass wir nichts dafür tun mussten, dass das SCSS jetzt als CSS interpretiert wird. Normalerweise muss man das hier erstmal noch kompilieren bzw. transpilieren. Und in dem Fall ist das überhaupt kein Problem gewesen. Wir konnten das direkt verwenden und es wurde auch direkt eingebunden. Und genauso ist es, wenn ihr hier ein Jarn- oder NPM-Bild macht. Dann wird das Ding direkt fertig für euch gebaut. Ja, ihr müsst euch da nicht mehr drum kümmern. Das ist einfach direkt schon dabei. Und das ist das Tolle dabei. Man muss sich eigentlich überhaupt nicht mehr drum kümmern. Ja, dieses Video war ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich finde, wie gesagt, das Ganze auch sehr, sehr wichtig. Wer jetzt nicht weiß, was SCSS ist, falls ihr es nicht gesehen habt, ich habe das Ganze in den Infokarten verlinkt, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Und ja, sagt ihr mir ganz gerne Bescheid, wie es euch gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.